Es gibt News. Dein Sport, dein Sender, dein Zuhause hat für dich eine neue Funktion entwickelt. Du willst dir nochmal das Tor von Kaspar Mortensen anschauen? Kaspar Mortensen, sie verkürzt auf zwei. Mit unserer neuen Navigation anhand von Spieldaten ist es nun möglich, das Tor direkt anzusteuern. Du spielst selbst ein Tor und willst nochmal alle Paraden vom Kieler Torhüter Samir Velasen ansehen, um hier möglichst viel zu lernen? Kein Problem, du kannst dir auf diesem Wege in Ruhe nochmal alle Paraden genauer ansehen. Mit dieser Funktion erfährst du ab sofort alle wichtigen Daten zum Spielverlauf, zu den Teams und zu den jeweiligen Spielern. All das ist nicht nur im Nachgang an das Spiel möglich, sondern bereits während das Spiel läuft. Sobald das Spiel begonnen hat, kannst du jederzeit einen Einblick in alle Statistiken bekommen. Am Donnerstag beim Topspiel der Füchse Berlin gegen die Rhein-Neckar-Löwen hast du erstmalig die Möglichkeit, unsere neue Funktion zu erleben. Wir hoffen, dass wir auch für dich deinen Sport so noch spannender machen können. Viel Spaß beim Entdecken!